Der Prolog von Urit vom 2. November Gedenken Die heiligen Märtyrer Akindinos, Pegasios, Anempodistos, Aftonios, Elpidephoros und andere mit ihnen waren Christen aus Persien und erlitten unter der Herrschaft des Königs Sapor im Jahr 355 das Materium. Die ersten drei waren nie am Hof jenes Königs, doch im Geheimen dienten sie ihrem Herrn Christos. Als sie angeklagt und vor den König vor Gericht gebracht wurden, fragte er sie, woher sie seien. Darauf antworteten sie, Unser Vaterland, unser Leben ist die allheiligste Dreiheit, die im Wesen einst ist und ungeteilt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der König übergab sie schweren Torturen, doch sie ertrugen sie heroisch, mit Psalmen und Gebet auf ihren Lippen. Während der Foltern und Gefangenschaft erschienen ihnen viele Male Engel Gottes und einmal erschien ihnen der Herr selbst als Mensch mit einem Antlitz heller als die Sonne. Als Apaptonios, einer der Folterer, das Wunder erblickte, das siedendes Pech den Märtyrern keinen Schaden zuzufügen vermochte, glaubte er an Christos und rief, Groß ist der Gott der Christen. Dafür wurde er sofort enthauptet und viele andere sahen und glaubten. Dann befahl der König, dass Akintinos, Pegasius und Anempodistos in Tierhäute eingenäht und ins Meer geworfen werden sollten. Doch der Heilige Apaptonios erschien aus der anderen Welt mit drei leuchtenden Engeln, brachte die drei heiligen Märtyrer an trockenes Land und befreite sie. Elpidephoros war einer der Adeligen des Königs. Als er bekannte, dass er Christ sei und den König der Morde an unschuldigen Christen beschuldigte, verurteilte ihn dieser zum Tode. Elpidephoros wurde zusammen mit 7000 anderen Christen enthauptet. Schließlich wurden die ersten drei Märtyrer, Akintinos, Pegasius, Anempodistos, in einen Feuerofen geworfen. Zusammen mit 28 Soldaten und der Mutter des Königs, denn auch diese glaubten an Christos. In den Flammen übergaben sie ihre gerechten Seelen in die Hände des Herrn. Der gottgeweihte Markian von Kiros in Syrien zeichnete sich aus durch seine adlige Herkunft und seine körperliche Schönheit. Um Christi willen verließ er alles und zog sich in die Wüste von Kalkis zurück. Um dort als Einsiedler zu leben. Er war ein Zeitgenosser des Patriarchen Flavian von Antiochia und des Kaisern Wallens. Ein himmlisches Licht leuchtete in seiner Hütte in der Nacht, wenn er die Heilige Schrift las. Und er bedurfte niemals einer anderen Lichtquelle. Er war ein großer Wundertäter, sowohl während seines Lebens, als auch nach seinem Tod. Vor seinem Tod befahl er seinem Schüler, Evsavius, seine Leib zu verstecken und ihn wegen der vielen Bewunderer insgeheim zu begraben. Er entschlief in Frieden im Jahr 387. Der heilige Hieronymus beschreibt ihn als gelehrten und frommen Mann. Er beherrschte griechisch besser als Latein. Er schrieb Auslegungen mehrerer Bücher des Neuen und Alten Testaments und erlitt das Martyrium für den christlichen Glauben um das Jahr 303. Lobeshymne Die heiligen Märtyrer Akindinos, Pegasius, Anempodistos, Abtonius und Elpidephorus Der Märtyrer Akindinos und mit ihm Pegasus, der Tapfere Anempodistos und mit ihm Abtonius und der sanfte Elpidephorus, ein königlicher Würdenträger, alles Opferlämmer, schneeweißer Lämmer. Sie zeigten sich als Diener der Allheiligen Dreiheit und erklärten sich vor Sapor von Angesicht zu Angesicht. Das Martyrium war für sie ein Fest. Christus war ihnen teurer als Jugend und Gesundheit. Christus war ihnen teurer als königliche Freuden. Christus war ihnen teurer als königliche Ehren. Was ihnen die Welt gab, gaben sie für Christus fort. Sie fielen als edle Opfer für Christus. Sie fielen in Ungnade und auferstanden im Lichtglanz. Sie fielen auf die Erde und auferstanden im Paradies. Für die Kirche auf Erden vergossen sie ihr Blut. In der himmlischen Kirche vollendeten sie die Bildung ihrer Seelen. Erfüllt von der Liebe zum Christengeschlecht, beten sie nun zum auferstandenen Christus, dass sie bewahre die Kirche auf Erden vor Unheil und sie zum endgültigen Sieg führe. Betrachtung Wie erlangt jener die Liebe zu seinen Feinden, der seine Eltern nicht liebt. Liebe zu den Eltern ist die wichtigste und grundlegendste Schule der Liebe. Ohne diese Schule kann man nicht weiterkommen. Der serbische König Tragutin stand mit seinem Herr gegen seinen Vater, um dessen Drohung an sich zu reißen. Doch dann geschah es, dass er sich das Bein brach. Und dies weckte sein Gewissen, das ihn bis zu seinem Tod gewählte und ihm keine Ruhe ließ. Tragutin verzichtete auf seinen Drohnen und übergab seine Macht seinem jüngeren Bruder Milutin. Er widmete sich bedeutenden Werken der Wohlfahrt, baute Kirchen und verbrachte andere guten Taten. Außerdem führte er ein intensives, eskepsches Leben im Verborgenen. Auf dem bloßen Leib trug er ein Gürtel aus Schilfrohr. Er war in grobes Sacklein gekleidet und betete in der Nacht zu Gott in einem versteckten, vorbereiteten Grab. Der reuige König tat alles, um Gottes Vergebung für einen Mangel an Liebe gegenüber seinen Eltern zu erlangen. Und Gott vergab ihn. Viele heiligen Märtyrer, deren Henker gekommen waren, um sie abzuholen, hießen diese mit Freude willkommen und bewirteten sie in ihren Häusern, bis die Zeit gekommen war, in den Tod zu gehen. Denjenigen zu bewirken, der gekommen ist, um das Blut des Gastgebers zu vergießen, ist in der Tat ein großer Ausdruck von Liebe zu den Feinden. Als König Sapo, Akindinos, Pegasius und die anderen harter Folter übergab, verlor plötzlich den Verstand und wurde stumm. Er konnte nicht mehr sprechen und zerkratzte sein Gesicht in großer Wut. Als der heilige Akindinos seinen Peiniger in solcher Verzweiflung sah, begann er zu weinen und betete zu Gott für den König. Dann sagte er, Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Kraft der Worte des Apostels. Apostelgeschichte 16 Wie eine Magd mit einem bösen Wahrsagergeist Paulus und Silas hinterher schrie. Wie Paulus sich umwandte und zu dem Geist sagte, Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, verlass diese Frau. Wie der böse Geist sie im selben Augenblick verließ. Homilie Über den Willen Gottes, dass alle Christen heilig sein sollen. Denn er hat uns erwählt vor der Schaffung der Welt. Damit wir heilig und untatlich leben vor Gott in Liebe. Epheser 1, Vers 4 Die Kirche lehrt und zeigt, dass es zuerst einen Plan für die Welt gab, nachdem sie dann geschaffen wurde. Dieser Plan war in der Weisheit, im Willen und in der Macht Gottes. Und wir Christen als Kirche Gottes sind Teil dieses Planes. Gott erwählte uns gemäß seinem Plan vor der Schaffung der Welt zur Heiligkeit und Gerechtigkeit in Liebe. Gott berief uns zuvor und adoptierte uns für sich. Durch wen? Durch den Herrn Jesus Christus. Denn alles, was wir für Gott sind, sind wir im Herrn Jesus Christus. Außerhalb von Jesus Christus hat der Mensch keine Verbindung, keine Beziehung, keine Verwandtschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Er erwählte uns, damit wir seine heilige Kirche seien, wie es seinem Willen wohlgefühl, wie Israel einsmals unter allen Nationen auf Erden ausgewählt war. Möge keiner sagen, die Wahl Gottes zerstört den freien Willen der Menschen, sodass die Christen weder dafür belohnt werden, dass sie Christen sind, noch die Heiden dafür verdammt werden, dass sie Heiden sind. Nein, dies ist eine völlig verfehlte Deutung. Denn Gott erwählte einsmals Israel, und einige Israeliten gingen verloren, und andere wurden gerettet. Er wählte auch seine heilige Kirche und berief alle Menschen und Nationen zu sich. Doch wer unter den Berufenen gerettet wird, hängt nicht von Gottes Wahl ab, sondern dem Willen und Streben der Menschen. O ewiger Gott, unser Schöpfer, der du uns zur Rettung erwählt hast, bevor du uns schufest, erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lob preis in Ewigkeit. Amin.